Ok, ich muss ja mal kurz das Video pausieren, weil ich euch nämlich noch kurz was wichtiges mitteilen möchte. Und zwar habe ich euch in der Videobeschreibung hier unten unter einen Link reingestellt. Da geht es zu einer Umfrage, die ich erstellt habe, bezüglich Content Verbesserung auf meinem Kanal. Ich würde euch bitten, da euch mal kurz die Zeit zu nehmen, die paar Minuten, die paar Fragen ausfüllen. Das sollte echt nicht allzu lange dauern, damit ich euch wirklich den bestmöglichen Content liefern kann, den ihr euch wünscht. Ihr könnt euch dadurch auch ein Stück weit mit in die Content Wahl einbringen, weil ich darauf eingehen werde, den Content dann dementsprechend auch zu verbessern. Und ja, wenn ihr das macht, das würde mir echt sehr, sehr weiterhelfen. Ich hoffe, euch gefällt das Video. Ich werde da jetzt auch gar nicht reden in dem Video. Das ist einfach nur so ein Produktionsvideo, um euch zu zeigen, wie ich solche Sachen mache. Ich hoffe, ihr könnt daraus was mitnehmen. Und wenn euch das Video gefällt, lasst doch ein Like da und vielleicht auch sogar ein Abo. Vielen Dank. Ich freue mich. Okay. Das war's für heute. Das ist so schön. Das war's für heute. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's für heute. 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 Das war's für heute.